Das ist die, äh, Tanzgranate. Ja. Gewesen. Ne, ne, ich hab schon mit euch geredet. Du, 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 du. Wann kommt eigentlich eine neue Karte? Für Fortnite. Hier ist auch ein Krater, oder? Hier? Mhm. Aber da war ich ja nicht. Dann lass mal da hin. Sieht doch, sieht doch nicht so aus, als wär da irgendwas. Doch, hier, da ist das schon mal in der Nähe. Da ist ein Häuschen. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Wir müssen doch hier... ...exploren, hier. Oder so. So. Wann geht's los? Walkie will sich einbuddeln. Hallo, meine lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Fortnite. So, dann mal runter, wa? Also hier wäre so eine Raketenabschussstation. Im Berg, wie man's kennt. Aus guten Filmen. Ja, da gehen wir gleich mal schauen. Ja, da gehen wir gleich mal schauen. Ja, da gehen wir gleich mal schauen. er sitzt da beim krater in die küsse habe ich schon wir hüpfen und hüpfen keine materialien mehr ich fall auch gerade so wo soll das jetzt sein na toll kann man nicht da hoch laufen na toll ich verkacke sie da kann man bestimmt nicht lov hier ist sogar eine kiste lol es lohnt sich immer zu laufen jetzt muss man irgendwie hoch bauen jetzt habe ich auch keine materialien mehr ich hab noch recht doch jetzt ich bin oben jetzt mit einem sportgerät hier ist irgendwie auch eher so eine werkstatt habe ich das gefühl bist du unter mir wird immer den trank den ich hab take it so ja er hat einer von uns den zaubertrank was sein und stein hier ist irgendwie alles habe ich das gefühl kann man die rakete bauen wie kommt man hier jetzt wieder hoch hoch bauen ja die absperrung abfahren und hoch bauen aber da muss auch irgendwo eine treppe geben von unten aus weil hier ist eine treppe hüpfen hüpf mensch ist ja eigentlich ganz lustig hier drin ich sehe gegner draußen auf 251 sehr weit weg oh ich sehe ein lama das ist ja noch viel besser wo ja wir sind wir sind drin warte wir wissen gleich da ob man auch die rakete starten kann ich glaube nicht nein das ist ja praktisch hier warte warte wir haben keine zeit zu warten wo denn hier sie hat so nicht gesehen deswegen müssen gucken seid ihr jetzt da unten oder was ja hier ganz rund da nicht die richtung hey jetzt doch unten oder was wir waren gerade hier nein nicht immer muss raus guck mal auf die karte raus oben den berg hoch und da muss auf der anderen seite runter in unsere richtung berg runter ok toll hat auch was gebaut dass man jetzt so weit stürzt hinter uns waren nämlich gegner nicht dass die kommen und uns umbringen hinter uns baut schon was auf 105 oh man musst du dich beeilen dann sonst wird das hier nicht und vor uns kommen gegner ich mache es auf oder soll ich es auch nicht auf machen ich weiß nicht also walkie habe ich jetzt schießt mal runter da ihr müsstet ihn sehen an dem haus guck mal da baut er auch da wo wir hinschießen ihr müsstet ihn eigentlich sehen können ach da der läuft hier vor uns lang das ding läuft auch noch oder was das ding läuft nachher ne da ist ein gegner rechts von dir auch nicht und der kleinen hütte dort oh ok hinter uns jetzt mache ich das ding auf ne ich mache es nicht auf wir sind tot das war es und das war auch auf lebt ihr noch hm mhm mal direkt bei uns der gegner ok der lootet sich schön auf da beide Neeeein Naaja pfff War doch ganz o.k ja schade jetzt nicht mehr naja eine runde mache ich noch mit naja dann gibt es erst mal essen sehr gut so let's go wo waren wir hin ich bin sicher sagt irgendwas jetzt können wir hier hinfliegen wir schauen all right das ist ein auto Kilo ein Auto Kino gibt es ja auch noch sowas einen sehe ich noch T3 direkt bei mir man kann auf dem Baum landen wenn du ihn abbaust kriegst du Fallschaden dumm direkt neben dem Gegner ruf jetzt Hilfe nope bin tot das war's sag doch sowas nicht es ist vorbei er hat mich gleich gefinisht dieser tanz jetzt nicht wenn du das zu nah auf die wirst tanzt du mit die waffe ist schon geil sie hatten es wirklich schossen wo ist denn der andere hier muss ja noch irgendwo einer sein hier bei mir auf dem Dach ey im Flug scherz alter wir sind zu arschen das ist so ein Scherz so Leute das war's mit dieser Folge wir sehen uns in der nächsten tschüss